wenn es so gut läuft. Ja, ganz schnell. Genau, machen wir es schnell, kurz und schmerzlos. Machen wir jetzt gleich, egal. Genau. 3-0, fertig. Genau, 3-0, dann kommen wir schnell ins Bett. So, Arbeitsraum, Hauptschlafzimmer, Esszimmer, Waffenlager. Ja, Waffenlager ist gut. Waffenlager. Ab ins Waffenlager. Wexlemon. Wir haben Bexlemon dabei. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Gehälter schützen. Den Raum sichern. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Gehälter schützen. Den Raum sichern. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Das ist die Zirkus-Einsatzbarkeit. Ich sag mal, wir sind hier noch ein Trinkchen. Deckung geben. Ich lade nach. Ich platziere eine AVS. Keine Sorge mehr wegen der Garnaten. Hier ist nicht so ein Tim. Ja, hast schon den ersten. Wo war der? Der war oben gleich beim Eingang. Im Haupteingang. Und die waren zu zweit. Im Haupteingang, oder? Oh. Also Haupteingang gleich rechts der erste Raum. Da ist eine Luke. Da werden sie jetzt runterkommen. Okay. Ja. Du hast recht. Da hast du. Du hast recht. Picks Lemon hat es erwischt. Sensor eingesetzt. Achtung, da wirke runterkommen. Schicko Heli. Schicko Heli. Vielleicht kommt es ja noch woanders durch oder? Ja oben ist quasi bloß der... Oh ja dort. Ja da ist vor dir in den Raum. Nein. Ich setze den Herzschlagsendor ein. Nicht zu weit vor. Wir müssen auch da gleich welche laufen oder? Ja rechts ist er, haben sie auch gesprengt in den Raum. Ja super. Ich suche nach Feind. Mhm. Jawohl. Der war schon. Nein. Verdammt. Zwei Schüsse habe ich nur abgegeben. Ja er hat auch nicht mehr viel. Nur noch ein Gegner übrig. Der hat schon gewartet ja. Yes. Alle Gegner eliminiert. Ich muss noch ein bisschen beitragen. Was ging da noch ab? Ja. 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 Von meiner Sicht hat das ausgeschaut. Das hätte er gar nicht. Das hätte er gar nicht. Das hätte er gar nicht getroffen. Nein. Nicht wirklich. Irgendwie war das so. Mittendrin ist er plump. Pistolengeballer in alle Richtungen wahrscheinlich. An der Wand. Ah. Das wäre nicht schlecht. Ah. Genau. Super. Wahrscheinlich an der Wand abgeprallt die Kugel und dann auch von hinten erschossen. Das ist ja. Parkplatzhütter. 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 Ja. Der Betragungsbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja. Ich hätte vielleicht von der Position woanders hingehen sollen, weil sie mich da schon markiert haben. Aber gut. Viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Unten, oder? Ist doch wo wir gerade waren, oder? Ich war doch gerade unten. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ich bin nicht runtergefahren. 5 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. 12 Sekunden bis 2 Sekunden bis2 Sekunden bis 2 Sekunden bis2 Sekunden bis 2 Sekunden bis 2 Sekunden bis 3 Sekunden bis 1 Sekundenambulieren natürlich geplant gab, wie dann der steht noch die Kugel.. werfe splittergranate menschentürmer hat hier ja hallo schockdrohne eingesetzt haben wir einen hammer auf den Guckel ach komm, das nervt mich schon nein, wo war denn der, der ist ausgegangen der hat mich von draußen kalt gemacht die sagen wieso kommt der da raus jetzt wo ich mit meiner Twitch hier reingefahren bin jetzt ging es auch wieder ganz schnell ja, ich glaub die wollen auch ins Bett die haben das gleiche vor wie wir, verdammt so kommen wir aber nicht schnell ins Bett wie gesagt ich ans ziel na ja 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 Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgut behalten. Das läuft jetzt da ganz oben. Die Wand wurde verstanden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgut behälter gefunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Das ist voll die Scheißdingen verstecken. Okay, wohin geht's? Okay, ich habe schon mal eingefused. Okay. Okay. Okay, in den Nebenraum haben sie aufgesprengt. Hey, also das kann doch nicht wahr sein. Wo war der? Oder wo warst du? Treppenaufgang. Das kann nicht wahr sein. Ich schieße zweimal mit der Schrot. Jawohl. Jawohl. Ja. Eliminierungsassi. Ja. Wo war denn der? Wo ist denn der? Muss doch hier in dem Raum irgendwo drin sein? Muss doch hier in dem Raum irgendwo drin sein. Ah SS erschreckt mich nicht so. Ja. Da muss hier nur irgendeiner drin sein. Wer läuft denn da so schnell? Ja. Hat der denn im Blick? Na ja, kommst du mit der Drohne schon? Ja. Du kennst da aber... Ach, der wird jetzt griffes Fenster neig. Ja, ist SPH denn im Blick? Ist der da? Ich lade mein Magazin! Er war erwischt. Sehr gut. Jawohl. Der war schön. Kommt da nochmal einer. Warte hin. Ist der schon drin? Ne. Irgendwie war ich Schritte aber ich weiß nicht wo sie herkommen. Oder er springt unten rum, aber kommt von hier. Ja, wir schauen mal. Also ähm... Okay, da ist er. Hat sich erledigt. Die Frage hat sich erledigt. Aber die Frage ist, ob er da wirklich ist. Ja. Warte von der Treppe. Jawohl. Sehr gut. Ey, der humpelt hart. Ja gut, dass der da blieben ist. Aber wie ist denn der jetzt gelaufen? Der ist dann außen rum über die andere Dinge rein, oder? Hat da gesprengt alles. Der, der Hund, der. Das macht man doch nicht. Naja, nehmen wir vielleicht auch mal Fuse. Mit der Twitch. Kann immer nur ein anderes mal üben. Macht Ali kaputt. Ali. Ali. Ach na, jetzt wird den Termite drücken. Den Bio-Befahrgutbehälter lokalisieren. Ja. Hast du den Sledge entschieden? Ja, aber im Nachhinein. Im Nachhinein. Wir haben jetzt gar nicht dabei. Ja, stimmt. Damit wäre es schon. Gute Arbeit. Der Funden. Erster Stock. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Bio-Befahrgutbehälter und diesen sichern. Nein. Wollen wir sie gar nicht erwischt? Ja. Oh, oh. Ich denke seine Töten wird aus. Nein, es hat er sich. Egal. Drohne bereit. Drohne unterwegs. Drohne aktiviert. Drohne aktiviert. Drohne aktiviert. Drohne aktiviert. Ist schon down. Ok so, dann jage ich mal da vielleicht ein paar Fuser rein. Genau, wenn du sprichst, sagst du gescheit. Oh, okay. Aber ich mach hier nochmal einen, da auf deiner Seite. Nein, da komm ich rein. Das mach ich. Okay. Aber ich hätte vorhin, bevor du reingehst, hätte ich halt einmal durchgesprengt. Hast du schon zündet? Den einen, ich habe zwei. Bist du schon drin, oder? Nein. Nein. Okay. Kannst du auch mal durchschießen. Oh, der schießt da raus. Okay, Vorsicht, ganz rechts in dem Raum. Ist, glaube ich, einer. Zumindest hat er einer gerade aus dem Fenster rausgeschossen. Na, der ist so toll, wie ich sehe das, ne? Nachbringladung ist angebracht. Nachbringladung ist angebracht. Drohne bereit. Achtung, ich habe einen markiert, Gonsul. Ja, der ist da in der Ecke. Der ist da in der Ecke. Hat der Teammatcher fertig gemacht. Ich muss jetzt schnell meine Drohne wegfahren. Jetzt pass auf, Gonsul, ich fahre mit der Drohne ein Raum weiter. Ne, da ist auch keiner. Im Gang kommt einer hoch. Pass auf. Der kommt aus dem Gang. Ach, komm, jetzt hat er mich da rausgeschossen. Gegner eliminiert. Eigner Druck erfolgreich. Ja, er ist gestorben. Okay, wollte gerade reinkommen, aber hat sich erledigt. Hat sich erledigt. So, Matchball, das ist unsere Chance. Ich würde sagen, da nehme ich doch. Dann werden Kanaten. Ein Castle. Oh, der Chicho Rio hat einen Rekruten genommen. Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Flachwutbehälter schützen. Den müssen wir wissen. Wir müssen im Einsatzbereich bleiben. Die kommen bestimmt. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut der Höhe aufgeteilt. Das wäre gelieft. Die FD aufhalten. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Du musst in dieser Zone bleiben. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ist das keiner in dem Raum? Sie lokalisiert. Gut, dann gehe ich alleine in den Raum. Wenn keiner will. Dann kommen alle von uns raus. Da oben ist die Luque. Ist natürlich ganz doof. Da ist auch doof. Irgendwie ist überall doof. Okay, da kommen sie auch schon. Jetzt müssen wir jetzt in den Raum reinkommen. Jetzt bin ich ganz allein in dem Raum, Leute. Lasst mich nicht allein. Verdammt. Keiner da. Ah, Granate. Ja, super. Drohne haben sie auch noch. Scheiße. Jetzt haben sie mich entdeckt in dem Eck. Ich auch. Okay, für den Flagg hier oben, der SSS. Ja, der macht die alle von oben kalt. Sehr gut. Und da steht da draußen. Gernstreck. Gehen wir da nochmal zu. Beziehungsweise. Nochmal ganz zu. Nein, ich hole den Deck. Oh, eine Drohne oder was? Ah, der ist genau hinter dir ganz so. Hinter der Wand. Oh, oben ist er auch. Der ist ja auch. Ja, direkt hinter dir. Also hinter der Wand war er gerade. Aber pass auf, von oben ist unser Ding auch runter gerade. Nur noch ein Gegner. Jawohl. Hast du ihn draußen erwischt, oder? Ja. Pass auf, von oben ist auch gerade unser Team mit runtergefallen. Das heißt, der eine war gerade oben wahrscheinlich. Das sind wir größer, wie wir zwei. Ja, genau. Und die Asch. Wir zwei und die Asch. Leck mich fett. Das wird ein Haulikant. Lassen wir sie kommen, oder? Ich komme hier nicht raus. Da ist... Da leckt es spät. Das leckt. Ich komme hier nicht raus. Ach, du bist so gut wie tot. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Ich komme hier aus dem Eck nicht raus. Bei mir hängt es. Der checkt es nicht, dass ich hier... Wo war das jetzt? Ich muss rauskriechen, dann komme ich raus. Der Gegner versucht nicht mehr... In der Ecke sind. Yeah. Hab's erwischt. Die Muschi. Einmal nach dem Draufrotzen. Prinzip hier. Yes. Ja, das war jetzt crazy Geschichte hier. Zu zweit. Hey, mit... Wie viel hast du noch gehabt? Bei mir waren es 26 oder so. Wenn du mir mal da irgendwas mit 30 oder 25. Okay. 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 Ja, sehr gut.